Hallo, herzlich willkommen in Turbyspiele und mehr. Und heute zeige ich euch 3 Rollercoasters. Also, ich fange mit der ersten Achterbahn jetzt an. Los geht's! Und, okay, jetzt geht's hoch und man fährt gleich runter. Ah, bärm. Und jetzt, ah, wow. Okay. Tschö, also. Okay, jetzt fangen wir die zweite an. Bevor, liked und abonnieren. Und, also, Papa hat 10 Likes gegeben. Also, 10 Likes. Und, bei dieser 4, jetzt fahren wir sie los. Los geht's! Nicht schon schlecht, mein Anfang. Ich hab's eigentlich auf den Felixens Haus gebaut! Auf jeden Fall. Ah, ja. Ah, ui. Schon Spaß. Wenn, ihr könnt auch in den Achterbahn einen kommentieren. Hui. Jetzt gehen wir so die dritte Achterbahn. Ah, so. Jetzt kannst du gleich losgehen. Und jetzt! Waaah, 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 bam, hui, huii, ö, ö, mh. Okay. Wai, waaah, waaah, bam, huiii, waaah, also wir sind schon gleich im Ziel. Aber nicht längst. Jetzt kommst du ab. Jetzt kommen wir zu den Erklär-Sachen. Die ersten Achterbahnen. Ich erklär's euch. Da geht's nach oben. Sehr richtig nach unten. Das ist schon sehr schreckhaft. Jetzt geht's da lang. Man fährt noch mal hoch. Dann fährt man hier hoch, fährt runter. Da ist ein kleiner Lück. Also alles ist okay. Dann kommt man hier hoch, fährt runter. Da ist ein Loch. Man denkt man fährt runter. Aber nein, man fährt nicht runter. Jetzt gehen wir zu der zweite Achterbahn. Also man fährt hier runter. Und da ist es auf dem Felix ins Haus. Und dann fahren wir hier runter. Und dann fahren wir hier hoch. Dann fahren wir nochmal auf Felix ins Haus. Und dann fahren wir wieder hoch. Und ja. Und ja. Also dann kommen wir hier, wo ich was gesagt hab. Wieder hier. Und da ist schon das Ende. Also jetzt gehen wir zu der dritten Achterbahn. Und ich muss sie nochmal fahren, weil sie nicht geklappt hat. Weil es deswegen hoch war. Also jetzt bei mir los nochmal. Oh mein Gott. Wir fahren zurück jetzt. Uiuiui. Das war das, was ich meinte. und weiter geht's hoch und da ist er schon wieder und wir fahren da runter und jetzt haben wir wieder hoch und sind wieder beim Ziel und wenn euch die Achterbahnen gefallen haben, gebt ein Like und tschüss